Yo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge hier auf The Dark Dexter und endlich mal wieder mit Wasch. Heute bleibe ich nicht in der... bleibe ich in der Warteschlange, so lange bis wir ein Spiel finden. Heute bin ich auch übelst motiviert und hab richtig Lust auf Wasch. Ich glaube es wurde auch wieder Zeit, weil manche Leute wollten vielleicht mal wieder ein Waschvideo sein und jetzt sind wir hier gleich wieder dabei. So, erstmal die Rüstung rausholen. Kennt ja jeder hier. Und wir haben schon die erste Bronze. Okay, das ist jetzt komisch. Ey. Hier. Bitte. Und hier erstmal schlafen gehen. So, dann stehen wir wieder auf und weiter geht's. So, als 16 holen wir uns erstmal die Blöcke. Ein Stack, das reicht uns erstmal hier um unsere Burg zu bauen. Und mal gucken wie die Gegner drauf sind. Hier lassen wir natürlich erstmal dieses Tor, das wir uns hochbauen können. So wie dieser hier, falls wir es noch nicht kennen. So. Komm, wir brauchen 16 Bronze. Können wir uns einen neuen Stack holen. Komm. 3, 2, 1, go. Ah, der handelt gerade. Gut. So. Einfach mal hochbauen. Wir sind noch nicht höher. Oh, danke. Und weiter sneaken. So. Wir müssen hauptsächlich höher kommen wie die da. Ich glaube, jetzt sind wir dann auf einer Linie. So. Gleich immer höher. Dann holen wir uns einen neuen Stack erstmal. Solange die nicht weiterbauen, passt ja alles. Solange die noch keinen Bogen haben. So. Ich bin richtig motiviert. Und der Spitzhacke brauchen wir noch. So, jetzt bauen wir hier noch einen schönen Rand, dass wir nicht runterfliegen. Und morgen geht's auch weiter mit Nougat24 auf diesen Server. So. So. Gleich haben wir's geschafft. Aber bei uns gehen die Steine vorher aus. Ja. Und... So. Und... Gleich mal weiter den Rand bauen. dass wir ja nicht runterfliegen, falls wir einen Bogen oder sowas haben. Bald haben wir es wieder geschafft, bis zur nächsten Etage. Ich bin gespannt, wie weit die Steine noch reichen. Irgendwie ist das im Moment langweilig für euch, schätze ich, wie ich da einfach nur mal eine Dungelmauer. Aber die kommen schon. Die kommen schon rüber. Okay. Die halten hier die Stallung. Ich bin gespannt, was jetzt unten hier mal so macht. Oh, ein Gold und sieben Silber. Wo war die Rüstung? Da hinten war die Rüstung, wo man sich kaufen konnte. Holen wir uns gleich die Siemer. Und Essen brauchen wir. Ich hoffe, wir haben die Rüstung, wo wir die Rüstung wieder umhalten, die Stallung. Ja, noch reißen. Und ein Gold. Bald haben wir unseren Bogen schon. Hier können wir uns noch einen Stein sparen. Ich baue mir hier mal so ein kleines Tümpchen, um zu gucken, wie die Lage ist. Okay. Oh, da liegen ja noch. So, jetzt haben wir uns ein Schwert. Und jetzt können wir uns auch schon bewaffnen. Und da ist einer von uns gestorben. Ja, da kommt ein Gold, da kommt ein Gold. Ja, nur noch ein Gold. Unseren Bogen haben wir. Silber. Und Bronze. Immer noch silber und Bronze. Bronze und Silber, Bronze und Silber. Bronze und Silber. Ein Gold. Wenn ich jetzt ein Gold bekomme, töte ich auch jemanden. Okay, die wollen nicht, dass ich jemanden töte. Tue ich aber trotzdem. Komm, ein Gold. Bitte, ein Gold. Ja, da ist es. Und wir haben unseren Pfeil auch. So, jetzt können wir uns auch auf dem Weg zur Schlacht begehen. Und die schießen jetzt schon auf uns. Das sind nicht für miese Schweine. Oh, ich dachte jetzt gerade schon. Hoppla. Okay. Die Steine brauche ich noch zum Hochstecken. Weil es knapp werden sollte. Treffer. Okay, das wird scheiße jetzt. Okay. so so lange wir uns regenerieren ja wir haben ihn gekillt wir haben ihn gekillt oder ja wir haben ihn gekillt kein anderer und wir holen uns einfach die steine hier ja neue steine dazu gewonnen treffer treffer ich treffe die nicht die kommen näher glaube ich ja treffer und wir wurden getroffen mal ein bisschen tiefer und was lassen also falls manche die das wasch noch nicht kennen dieses Spiel wasch ist ähm ein Spiel wo man das gegnerische Bett zerstören muss und ja manchmal kommt es halt jetzt zu diesem Konflikt während ich die da unten beballe und warte bis einer mal stirbt und dieses klick wo immer kommt das heißt dass man jemanden trifft und wie ihr hört treffe ich ganz schön oft jetzt kommen sie dann beide hier zeig ich doch okay ich rück mal ein bisschen vor so hm hin treffe ich grad nicht oh so jetzt dann müssen sie doch mal sterben so und jetzt grad versucht jemand auch auf uns zu schießen das ist was ich gerade im Hintergrund sehe aber mein Hauptziel sind die beiden da unten oh also die kommen jetzt langsam schon weiter und ich glaub es hat Zeit dass Zeit dass tschüss nein ich hätte gedacht er wäre tot ich hätte gedacht er wäre tot geh weg boah ja wir haben es geschafft wir haben beide besiegt und er hat uns Steine mitgebracht und er hat uns weg ich möchte viel in der Treppe bauen jetzt gehen wir auch gleich weiter vor gleich weiter vor nicht nachlassen und er hat sich geht nicht nach was die die der die 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 Und der eine schreibt, kommt zurück. Das werden wir natürlich erst tun. Okay, okay, wir kommen zurück. Jetzt fragen sich, warum ich die Steine abbaue. Einfach, dass sie nicht drüber kommen. Aber jetzt kommen sie, sie kommen. Nein, typischer, klassischer Fehler. Klassischer Fehler. Warum habe ich das nur getan? Warum? Jetzt haben die alle Zeit der Welt, um hierher zu kommen. Alle Zeit der Welt haben die. Ich brauche nur einen Bogen. Nur einen Bogen brauche ich. Gas, Gold. Spitzacke, spitzacke. Also Leute, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's richtig knapp hier. Komm, Ei. Ein. Eis noch. Moment, sieht's gut für mich aus. Moment, sieht's richtig gut für mich aus. Sieben, Rüstung. Holen. Und ich bin alleine. Ihr seht, einer gegen drei. Blau ist mein Name. Das wird jetzt noch eine richtig harte Wurst. Und seinen Bogen haben wir. Ja, wir haben's geschafft. Nein, der hat... Ja, der hatte ein Gold dabei. Ein Gold. Hier erstmal noch das Bett zubauen. Und da... ...kommen es ja schon. Wie viel... Wie viel... Okay. Jetzt weiß ich auch, warum die so lange überleben konnten. Und zwar, die hatten Goldäpfel. Mit Goldäpfel... ... ist das... ...kriegt man sozusagen extra Leben und regeneriert sich schnell. Wie ihr jetzt sehen könnt. Also guckt jetzt mal unten auf mein Leben. Da seht ihr, ich regeneriere mich schneller. Deswegen hab ich mir jetzt sechs Goldäpfel geholt. Ja. Ich komm hier nicht hoch. Okay. 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 Ich baue mir jetzt hier mal eine Treppe. Und ja... Ihr seht, der kommt jetzt schon wieder. Deswegen wird's richtig knapp. Okay. Okay. Ich weiß ja nicht, was jetzt los ist mit mir. In dieser Runde. Ich glaube, ich bin ausgeschehen. Nein, noch nicht. Doch. Nein. Doch. Ich brauche jetzt irgendein Schwert. Nein. Oh nein, jetzt macht er Spawn Kill. Jetzt macht er Spawn Kill. Ich hab's gewusst. Die Runde ist vorbei, Leute. Die Runde ist vorbei. Für mich. Es sei denn, ich krieg den noch einmal down. Nein. Was nicht so sein wird. Ich seh dir. Ich mach gerade mal ein paar Prozent der Schaden. Oder? Oder? Aha. Nein. Ihr dürft ja nicht so viel Schwert haben. Jetzt. 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 Ich mach's dir. Was für eine Posse. Ich verkosene. Ich halte mich. ja das war's ich würde sagen ich bin jetzt diese aufnahme ich lasse sie gleich hoch wird noch keine aus bedanke ich mich noch fürs zusehen irgendwie ist jetzt mein skin weg ich weiß auch nicht warum irgendwas stimmt nicht mit meinem pc ich würde sagen danke fürs zusehen schaltet wieder ein liken abonnieren teilen sehr hilfreich für mich und würde mich auch sehr groß danken dann bis zum nächsten mal schau